Einen schönen Dienstagabend, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu ATV Nachrichten. Heute habe ich die große Ehre, Ihnen eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit vorzustellen. Das Christkind ist in unserer Sendung mit dabei. Und das sind die Themen im Einzelnen. Lärm und Gefahr im Straßenverkehr, Bürger kritisieren Ausbau der Erdaushubdeponie bei Betzigau. Gemeinsame Sache, Kooperationsvereinbarung für Grünes Zentrum unterzeichnet und der große Auftritt. Carina Dein ist Christkind 2014 in Bad Würreshofen. Beim Hausbau oder beim Bau von neuen Straßen fällt Erdaushub meist in großen Mengen an. Doch wohin damit? Erdaushub zählt nicht zum Bauschutt und muss separat entsorgt werden. Auf einer Erdaushubdeponie, wie sie zum Beispiel in Möstenberg bei Betzigau steht. Jährlich bringen Hunderte von Lastwagen die Erde dorthin. In Zukunft sollen es noch mehr werden. Geplant ist, die Deponie auszubauen. Doch das stößt bei vielen Bürgern des benachbarten Leiterbergs auf Widerstand. Leiterberg bei Betzigau. Ruhig ist es hier. Durch den Ort fahren nur wenige Autos. Doch das ist nicht immer so. Eine rund 600 Meter lange Straße führt durch Leiterberg und die passieren zu Stoßzeiten große LKWs. Ihr Ziel ist die Erdaushubdeponie in Möstenberg, ein Stück außerhalb des Ortes. Knapp 900 Lastwagenladungen Erdaushub wurden in diesem Jahr auf die Deponie gekippt. So viele wie noch nie. Zu viel finden einige Leiterberger Anwohner, wie Stefan Schwarzbach. Er wohnt seit acht Jahren mit seiner Familie hier. In den vergangenen Jahren habe der Lastverkehr stark zugenommen. Das verursache Dreck, Lärm und sei auch für die Kinder sehr gefährlich. Der zweite Punkt ist, dass wir der Meinung waren, und das haben wir auch mittlerweile bestätigt bekommen, dass die bisher betriebene Erdaushubdeponie deutlich über dem Genehmigten aufgefüllt wurde. Das heißt, wir reden mittlerweile von dem Doppelten dessen, was ursprünglich mal genehmigt war. Auch dort wurde ganz offensichtlich seitens der Gemeinde und seitens des Bürgermeisters wissentlich zugesehen. Und entsprechend hat der Leiterberger Bürger den doppelten Verkehr gehabt zu dem, was ursprünglich genehmigt war. Seit 2005 besteht die Deponie. Das Gelände gehört der Gemeinde. Vertragspartner ist eine Firma aus Sulzberg. Die will nun die Erdaushubdeponie erweitern. Dem Antrag des Betreibers hat der Gemeinderat bereits im Oktober zugestimmt. Für Betzigaus Bürgermeister Roland Helfrich hat die Deponie eine große Bedeutung für den Ort. Insbesondere deshalb, weil wir insbesondere in diesem Jahr, aber auch in den Jahren davor doch einige Baumaßnahmen realisieren konnten. Und es ist uns auch wichtig, dass eben der Erdaushub, der dabei anfällt, dass der eben auf kurzem Wege dann auch dauerhaft abgelagert werden kann. Und die Deponie in Möstenberg bzw. Leiterberg war für uns eben halt so ein Platz, wo man eben halt auch diese Dinge realisieren konnte. Die Bedeutung für die Gemeinde steht den Befürchtungen der Anwohner gegenüber. Diese Sorgen sollten gestern Abend bei einer Sitzung des Gemeinderats gemeinsam besprochen und nach Lösungen gesucht werden. Wir haben das Gespräch mit den Anwohnern gesucht. Auch in der letzten Gemeinderatssitzung hatten die Anwohner entgegen den üblichen Geflogenheiten die Möglichkeit, ihre Meinung ganz offen auch dem Gemeinderat gegenüber zu sagen. In der letzten Woche fand noch mal eine Vorortbesichtigung mit dem Sprechen an der Initiative statt. Und gestern Abend wurden, nachdem eben keine neuen Wünsche an uns herangetragen wurden, eben so ein Kompromisspaket geschnürt. So soll zum Beispiel die Deponie künftig nur noch zu bestimmten Zeiten angefahren werden. Außerdem wurde beschlossen, dass der Betrieb nur noch bis zum Jahr 2017 erfolgt. Spätestens dann kehrt in Leiterberg wieder Ruhe ein. Landwirtschaftliche Kräfte bündeln, Synergien nutzen. Das ist das Ziel der grünen Zentren, die auch hier im Allgäu entstehen. Organisationen, die sich mit Landwirtschaft befassen, sind dann an einem Ort zu finden. Auch in Kaufbeuren wird ein grünes Zentrum gebaut. Der Bayerische Bauernverband hat dort, wie berichtet, schon den Grundstein gelegt. Weitere Organisationen folgen in den kommenden Jahren. Um auch schon beim Bau Synergien zu nutzen, haben der Landkreis Ostallgäu und der Freistaat Bayern heute eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Hier neben der Moosmangstraße entsteht in den nächsten Jahren das grüne Zentrum Kaufbeuren-Ostallgäu. Während das Gebäude des Bayerischen Bauernverbandes schon langsam Form annimmt, liegt die Wiese daneben noch brach. Dort will der Freistaat Bayern ein neues Gebäude für das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bauen. Der Landkreis Ostallgäu verlegt die Technikerschule für Hauswirtschaft und die Landwirtschaftsschule dorthin. Aus diesem Grund haben beide Seiten heute im Landratsamt in Marktoberdorf eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Der Gedanke, das Ganze synergetisch zu nutzen, also gemeinsame Räume da sind, möchte man natürlich auch, dass das Gebäude wirklich aus einem Guss ist und nicht irgendwie nur zusammengeschoben und dann aber letztendlich auseinanderfällt. Und so ist der Gedanke, sich gemeinsame Planer zu suchen, die letztendlich dafür sorgen, dass ich wirklich ein Gebäude mit einem gemeinsamen Erscheinungsbild habe, natürlich sehr schön. 17 bis 18 Millionen Euro sollen die beiden Gebäude kosten. Das neue Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten schlägt mit rund 10 Millionen Euro zu Buche. Die zwei Schulen des Landkreises sollen 8 Millionen kosten. Einen Teil der kommunalen Baukosten übernimmt der Freistaat, denn die Technikerschule in Kaufbeuren ist die einzige dieser Art in Bayern. Mit der Unterschrift heute kann der Planungsprozess beginnen. Morgen, am 10. Dezember startet das VOF-Verfahren, mit dessen Hilfe wir dann unsere freiberuflichen Partner gewinnen können, unsere Planer. Die können dann ab März nächsten Jahres, also März 2015, mit den Planungen beginnen. Die Bagger können dann im Frühjahr 2016 anrollen. Und gedacht ist, dass letztendlich der Bezug von dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Schulen, Technikerschule und Landwirtschaftsschule, dann Ende des Jahres 2017 erfolgen kann. Der Kreisausschuss Ostallgäu hat der Kooperationsvereinbarung in seiner letzten Sitzung zugestimmt. Von der gemeinsamen Nutzung ist man überzeugt. Von den Nutzern her ist es so, dass zum Beispiel die Lehrkräfte der Schulen gleichzeitig ja Beamte des Freistaates Bayerns sind, also auch im Amtsgebäude sitzen und insofern sind dann kurze Wege gegeben. Wir können Veranstaltungsräume gemeinsam nutzen. Man kann einen gemeinsamen Eingang planen. Die Außengestaltung geht gemeinsam. Thema Heizung ist vielleicht auch so was. Also insofern, wenn wir da die nächste Zeit zusammenarbeiten, wird das Projekt auf alle Fälle sehr vorbildlich. Noch ist vom Grünen Zentrum nicht viel zu sehen. Doch wenn aus Baustellen fertige Gebäude geworden sind, spiegelt auch die Adresse die gemeinsame Nutzung wieder. Die Stadtkaufbeuren will der Straße den Namen am Grünen Zentrum geben. Man darf also gespannt sein. Ganz besonders spannend im Übrigen haben es auch drei Herren aus Georgien in der Nacht von Samstag auf Sonntag gemacht. Zuerst waren die drei in einen Textildiscounter in Weiler-Simmerberg eingebrochen und hatten den Tresor leer geräumt. Und dann, als sie mit dem vierstelligen Betrag in den Taschen von der Polizei auf frischer Tat geschnappt wurden, behaupteten sie, obwohl sie die Beute ja quasi in Händen hielten, sinngemäß, wir waren es nicht. Da die Fakten aber logischerweise für sich sprachen, wurden die drei dingfest gemacht und befinden sich jetzt in Untersuchungshaft. Mehr Nachrichten aus dem Allgäu gleich hier bei uns in ATV Kompakt. Zwei Wochen nach der Absaugung fangen wir mit der Nachbehandlung an. Die läuft über sechs Wochen, wo die Patienten in unserer Klinik dann regelmäßig betreut werden. Durch die Nachbehandlung gehen die Schwellungen schneller weg, die Haut wird straffer und die Ergebnisse gleichmäßiger. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Mit einem CW-Fotobuch verschenken Sie wahre Freude und verwandeln Ihre Geschichten in ein persönliches und ganz besonderes Geschenk. Denn Geschichten erzählt man am besten mit CW. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Jetzt einschalten. Das neue RSA-Radio. Schon gehört neu im Radio. Der beste Musikmix aus vier Jahrzehnten. Das neue RSA-Radio. Verschenken Sie ein Jahr voller unvergesslicher Momente. Mein CW-Kalender. Superschnee. Superschnee. Skifahren mit Schneesicherheit vor der Haustüre. Superschnee. Die Skisaisonkarte für 38 Bergbahnen und 250 Liftanlagen im Allgäu, Kleinwalsertal und Tannheimertal. Superschnee. Die Skisaisonkarte mit gratis Wanderherbst. Für alle, die gerne auf dem Gletscherski fahren, gibt's die Allgäu Gletscherkart. Und jetzt neu. Das ganze Jahr Berg-Spaß pur genießen. Mit der Superschnee-Jahreskarte. Weitere Infos unter Superschnee.com Waffenbär. Das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Jetzt neu. Und die Superschnee-Jahreskarte. Das ganze Jahr Berg-Spaß pur erleben. Mit der Superschnee-Jahreskarte. Weitere Infos unter Superschnee.com Und das sind die Meldungen vom 9. Dezember. Ein 68-Jähriger muss sich seit heute vor dem Landgericht Memmingen wegen Totschlags verantworten. Laut Anklage hat der Mann seine Frau im Streit erdrosselt. Ermittlungen zufolge führte das Paar aus Memmingen schon seit Jahrzehnten eine schwierige Ehe. Immer wieder habe es heftige Auseinandersetzungen gegeben. Im vergangenen April eskalierte ein Streit. Der 68-Jährige habe seine Frau mit beiden Händen am Hals gepackt und sie gewürgt, heißt es in der Anklage. Danach habe er selbst die Polizei gerufen. Die Frau konnte vor Ort reanimiert werden, verstarb aber zwei Wochen später im Krankenhaus. Der Mann zeigte sich heute geständig. Ein Gutachter soll jetzt klären, ob er möglicherweise nur eingeschränkt schuldfähig ist. Das Urteil wird vermutlich am Donnerstag fallen. Bei einem Autounfall in der Nähe von Rieden ist eine 16-Jährige schwer verletzt worden. Sie war am Montagabend mit einem 18-Jährigen Auskaufbeuren unterwegs. Der Fahranfänger fuhr über die Mittellinie, um eine Kurve zwischen Rieden und Schlingen schneiden zu können. Dabei kam ihm ein PKW entgegen. Bei dem Ausweichmanöver geriet der 18-Jährige mit seinem Wagen auf das Bankett und verlor auf der feuchten Straße die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, seine Beifahrerin wurde schwer verletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Die Kaufbeurer Fliegerhorstsiedlung ist mittlerweile vollständig vom benachbarten Bundeswehrgelände abgekoppelt. Die Wohnsiedlung wurde früher von Soldaten und ihren Angehörigen genutzt und war deshalb an das Strom- und Wassernetz des Fliegerhorstes angeschlossen. Mittlerweile gehört sie der privaten Delta-Liegenschaftsverwaltung und muss sich deshalb autark versorgen. Bei der Einrichtung einer eigenen Heizanlage kam es aber zu Verzögerungen. Die Bewohner mussten teilweise wochenlang ohne Heizung leben. Aus diesem Grund hat die Verwaltung den Mietern jetzt eine Mietminderung in Aussicht gestellt. Am Montagabend wurden im Bereich Lechbruck zwei Jugendliche von Beamten der Polizeiinspektion Füssen festgenommen. Sie werden verdächtigt, für über 30 Einbrüche in der Region verantwortlich zu sein. Betroffen waren davon hauptsächlich Vereinsheime, Schulen und Kioske rund um Füssen. Einer der beiden Verdächtigen ist 19 Jahre alt und kommt aus dem Ostallgäu. Er war vermutlich als Fahrer bei den Einbrüchen dabei. Der zweite Verdächtige ist erst 14 Jahre alt und stammt aus Oberbayern. Vermutlich hatten die beiden aber noch weitere Komplizen. Bei den Einbrüchen wurden rund 2.500 Euro Bargeld erbeutet. Der hinterlassene Sachschaden liegt bei 6.500 Euro. Die Verdächtigen müssen sich nun vor Gericht verantworten. Auch das Jugendamt wurde eingeschaltet. Ein Geschäftsführer eines Reiseunternehmens aus dem Unterallgäu ist wegen Veruntreuung von Arbeitsentgelt zu einer Haftstrafe von elf Monaten verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Das Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass der Mann Gelder in Höhe von rund 260.000 Euro unterschlagen hat. Statt seine Mitarbeiter entsprechend anzumelden, griff er auf das sogenannte Phantomsplitting zurück. Das bedeutet, dass er den Lohn auf zwei Personen aufteilte, von denen aber nur eine wirklich im Betrieb tätig war. Der Mann zeigte sich geständig und zahlte bereits vor Beginn des Verfahrens den Schaden bei den Krankenkassen zurück. Die Fischfangerträger aus dem Bodensee sind im dritten Jahr in Folge gesunken. Immer mehr Fischer fürchten daher um die Zukunft ihres Berufes. Ein Grund für die schlechten Ertragszahlen sei der geringe Phosphatgehalt des Wassers, so Roland Storr, Vorsitzender der Berufsfischer am Bayerischen Bodensee. Ohne das natürliche Mineral können keine Pflanzen und Tiere überleben. Eine Lösung für das Problem könnten die Kläranlagen bieten. Würden sie nicht mehr so viel Phosphat aus dem Abwasser filtern, könnte der See wieder ein Gleichgewicht herstellen, so Storr. Bereits 2013 waren die Erträge um 16 Prozent zurückgegangen. Für das aktuelle Jahr rechnen die Fischer mit einem weiteren Rückgang von 10 Prozent. Der Sulzberger Alfons Hörmann bleibt auch in den kommenden vier Jahren Vorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbunds. Bei einer Mitgliederversammlung wurde Hörmann von über 94 Prozent der Delegierten im Amt bestätigt. Hörmann hatte im letzten Jahr die Nachfolge von Thomas Bach angetreten. Der Bau des Kletterzentrums in Kempten muss verschoben werden. Die Kemptner Alpenverein-Sektion hatte im Westen der Stadt ein Alpinzentrum geplant. Die Kosten würden aber aus dem Ruder laufen, erklärte Vorstand Norbert Grotz. Nach aktuellem Stand würde der Bau rund sieben Millionen Euro kosten. Nun müsse man prüfen, wo Geld eingespart werden könne. Man halte aber an dem Bau auf jeden Fall fest, so der Alpenverein. Die Eröffnung verschiebt sich vermutlich auf den kommenden Sommer. Die Veranstalter des Kemptner Weihnachtsmarkts ziehen zur Halbzeit eine positive Bilanz. Trotz Schneemangels sei die Resonanz bislang gut, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch mit den Umsätzen könne man bisher zufrieden sein. Der Weihnachtsmarkt in Kempten ist noch bis zum 21. Dezember geöffnet. Auf den Landkreis Ostallgäu kommen erhebliche Kosten zu. Die Tiefbauverwaltung hat jetzt alle anstehenden Straßensanierungen im Landkreis zusammengefasst. Insgesamt müssen über 58 Kilometer Straßen erneuert oder ausgebaut werden. Die Kosten summieren sich auf 77 bis 92 Millionen Euro. Die Projekte stünden in den nächsten fünf bis zehn Jahren an, so Tiefbauchef Christoph Wipper. Das 30 Jahre alte Kurhaus in Bad Wörishofen muss dringend saniert werden. Zu diesem Schluss kam jetzt ein Ingenieurbüro, das im Auftrag der Stadt die öffentlichen Gebäude überprüft. Besonderer Handlungsbedarf bestehe vor allem im Bereich der Lüftungsanlagen und beim Brandschutz. Die Kosten könnten allerdings schnell in die Millionen gehen. Nun muss die Stadt entscheiden, ob die Sanierung finanzierbar ist oder ob sogar ein Neubau in Frage kommt. Soweit die Meldungen vom 9. Dezember und jetzt sind wir gespannt auf das winterliche Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist es teils bewölkt. Die Temperaturen sinken auf minus 4 bis minus 5 Grad. Auch am Mittwochvormittag ist es weiterhin wolkig. Im Westallgäu lockert die Wolkendecke etwas auf und die Sonne zeigt sich ab und zu. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und plus 3 Grad. Am Nachmittag steigen die Temperaturen um nur 1 Grad. Die Wolkendecke verdichtet sich. In den Bergen gibt es morgens Schnee. Auch die Sonne lässt sich immer wieder mal blicken. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 0 Grad am Gründen und minus 6 Grad auf dem Nebelhorn. Der Donnerstag wird regnerisch bei Temperaturen um die 3 Grad. Am letzten Tag dieser Arbeitswoche steigen die Temperaturen auf 6 Grad. Es bleibt trocken und die Sonne zeigt sich. Der Samstag wird noch ein wenig wärmer. Bei 8 Grad ist es trüb und regnerisch. In 15 Tagen ist es endlich soweit. Dann ist Heiligabend. Viele kleine und auch große Kinder fiebern diesem Tag bereits heute schon entgegen. Kein Wunder. Rundherum finden Weihnachtsmärkte statt. Lebkuchen und Glühweinduft zieht durch die Gassen. Und so langsam aber sicher wird auch das Wetter etwas winterlicher. Doch das Christkind kommt eben erst am 24. Außer natürlich zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte. In Bad Wörishofen heißt das Christkind in diesem Jahr Carina Dein. Die Elfjährige durfte dort am Wochenende den Weihnachtsmarkt offiziell eröffnen. Ein letztes Mal noch den Eröffnungsprolog üben. In gut einer Stunde geht's für Carina Dein los. Dann darf sie den Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen offiziell eröffnen. Bereits im Sommer suchte die Kurverwaltung ein junges Mädchen, das am 6. Dezember den Christkindlsmarkt eröffnen soll. Also ich habe mir gedacht, ja, ich kann es ja mal probieren. Wenn nicht, dann ist es halt so. Ich fand es halt eine tolle Idee, dass es da halt so ein Christkind gibt. Und dann habe ich gedacht, ich kann mich ja mal bewerben. Ihr Bruder hatte ihr dabei heimlich geholfen. Denn Carinas Mutter war von der Idee ihrer Tochter zunächst alles andere als begeistert. Weil ich eigentlich nicht so begeistert war, weil die Carina schon so viel macht. Und ich habe auch gedacht, ja, dann die Enttäuschung, wenn es jetzt nicht wird. Und dann hat sie ihren Bruder gefragt, ob er mit ihr die Bewerbung schreibt und hat sich beworben. Und aber für mich passt es jetzt schon. Ich bin jetzt schon auch stolz, dass es ist. Carinas Eltern übten natürlich fleißig mit ihrer Tochter. Schließlich soll bei der Eröffnung alles glatt gehen. Dabei hatte die Elfjährige nicht viel Zeit, den Text auswendig zu lernen. Also ich habe den halt letztes Jahr erst bekommen und dann habe ich da dann halt gleich angefangen, den auswendig zu lernen. Neben dem Texten muss selbstverständlich auch das Kleid des Christkinds sitzen. Carinas Eltern unterstützten ihre Tochter auch dabei tatkräftig. Doch alles kein Problem, beides passt. Jetzt kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Und die Nervosität hält sich ebenfalls in Grenzen. Also es geht mir ganz gut und ein bisschen nervös bin ich. Auch Carinas Mutter Gertrud wirkt recht ruhig. Noch. Ja, da ist man schon stolz als Mutter, wenn das Kind so mutig ist und sich da draufstellt und spricht. Also ich glaube, ich hätte es als Kind nicht gemacht. Kurz vor 18 Uhr ist es dann endlich soweit. Die ganze Familie wartet schon gespannt auf den Auftritt von Carina. Pardon vom Christkind. Liebe Kinder aus nah und fern, mit Freude will ich euch alle begrüßen. Nach Bad Wörresofen komme ich gern. Lasst uns die schöne Adventszeit genießen. Auf diesen Auftritt und den damit verbundenen Mut kann der Papa dann schon mal stolz sein. Sie hat zwar am Anfang ein bisschen warten müssen, weil der Bürgermeister längere Ansprache gehalten hat. Aber es war eine tolle Atmosphäre von der Beleuchtung und das ganze Ambiente ringsherum. Es war einfach super. Als Christkind hat man nach so einer Eröffnung natürlich noch jede Menge Fototermine. Carina kann sich daran schon mal gewöhnen, denn auch 2015 darf sie den Weihnachtsmarkt in Bad Wörresofen eröffnen. Da kann man nur gratulieren zur gelungenen Premiere. Gratulieren kann man möglicherweise übrigens bald auch Bad Hindelang. Dort will man nämlich im kommenden Jahr mit der Alpwirtschaft den nationalen UNESCO-Titel Immaterielles Kulturerbe holen. Dabei soll es um eine Auszeichnung für die Elbler gehen, die es geschafft haben, mit dem Ökomodell Hindelang Praktiken der Alpwirtschaft ins Tal zu verlagern und damit die Natur zu stärken. Aktuell werden mit dem Titel im Übrigen die Passionsspiele in Oberammergau ausgezeichnet. Und bei uns wird es gleich besinnlich und dafür sorgt auch heute der Mundartverein Allgäu. Zuhause sein Sich geborgen fühlen Füreinander da sein Freude am Leben Da bin ich daheim Allgäu Pflege Mit einem CW-Fotobuch verschenken Sie wahre Freude und verwandeln Ihre Geschichten in ein persönliches und ganz besonderes Geschenk. Denn Geschichten erzählt man am besten mit CW. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Kommt mit zum wunderschönen Kemptener Weihnachtsmarkt. In der stimmungsvollen Atmosphäre der Altstadt rund um den Rathausplatz erwarten euch 70 weihnachtlich geschmückte Buden und der Kemptener Weihnachtsbrunnen. Das vorweihnachtliche Erlebnis für Jung und Alt. Der Kemptener Weihnachtsmarkt. Täglich von 12 bis 20 Uhr. Am Freitag und Samstag bis 21 Uhr. Verschenken Sie ein Jahr voller unvergesslicher Momente. Mein CW-Kalender Erleben Sie den Allgäuer Presseball unter dem Motto Jubiläumsgala. Moderator Tilman Schöberl führt durch die Ballnacht. Stargast ist die Sopranistin Anna Maria Kaufmann. Lassen Sie sich von ihrer Stimme verzaubern. Flotte Tanzmusik spielt das Orchester Fink und Steinbach. Genießen Sie das Galabuffet mit Vorspeisen von Starkoch Christian Henze. Die Tombola zugunsten der Kartei der Not lockt mit hochwertigen Preisen. Lassen Sie sich verzaubern. Von der stimmungsvollen Atmosphäre auf dem Markt Oberdorfer Weihnachtsmarkt. In 40 weihnachtlich geschmückten Buden finden Sie Weihnachtsdekoration, liebevolle Geschenkideen, weihnachtliche Naschereien wie Waffeln, gebrannte Mandeln, Glühwein und vielerlei herzhafte Gaumenfreuden. Für die kleinen Besucher fährt täglich die Pferdekutsche. Und der Nikolaus mit seinen Engeln bringt eine Überraschung mit. Das bunte Rahmenprogramm stimmt auch Sie auf Weihnachten ein. Wer Kinder hat, vor allem kleine, der kennt die beliebteste Frage der Adventszeit sicherlich. Wann kommt denn jetzt endlich das Christkind? Oder wann ist denn jetzt endlich Weihnachten? Und jedes Mal versucht man da möglichst einfühlsame Antworten mit bald und warten zu geben. Und das Warten steht auch bei unserem heutigen Adventsversler im Mittelpunkt. Es kommt von Claudia Uhlemeyer aus Moosbach und heißt Warte. Warte. Etwas, was es kaum noch geht in einer schnelllebigen Zeit, von lauter Füßchen, Hetzen, Weilen starten, ist einfach mal auf etwas warten. Alles tut aber gleich und möglichst schnell. Dank Handy bist du sofort zur Stelle. Warten musst du auf niemand und nichts. Perfekt getaktet, alles geht fix. Was bestellst, das ist in Kürze da. Verpasst den Bus, rufst du Weilen an. Auf Fotos siehst du sofort und gleich ohne die Entwicklerei. Und dauert es lange, noch machst du einen Druck. Ich habe keine Zeit, mach schnell ruckzuck. Warten musst du auf niemand und nichts. Perfekt getaktet, alles geht fix. Weil wir alle vorwärts gehen, fürs jetzt und da keinen Blick mehr haben und keine freie Zeit mehr können, haben wir das Warten glatt verlehrt. Warten, das bisschen Zeit zu haben, in den Handeln einfach kommen lassen. Und das große Gefühl vom Glück, von dem gewissen Augenblick, wo das Ersehnte endlich kommt, geht's heute noch mal einfach fort. Das Warten und Gelassenheit schenken dir vor Weihnachtszeit das gewissen Kripple und die innere Ruhe und Vorfreit auf Weihnachten zu. Leerbkuchen, Stollen, Adventskalender geht's heutzutage schon ab September. Bei 80 Grad und Sonnenschein wandert's in die Einkaufswege hinein. Das Warten mit dem Leiblesessen bis zum Advent ist längst vergessen. Die Spannung davor und die Freit, wenn es kommt, geht's heute noch mal einfach fort. Kaum geht der November an, sind dann schon die Krische bei ihm dran. Der schöne Glanz von lichten Ketten, von Kugeln, Strohsternen und Lametten ist, du kannst sie ja jetzt schon sehen, an Weihnachten nichts Besonderes mehr. Auch privat wird früher gestartet und nicht bis Heiligabend gewartet. Den stellen wir früher auf den Baum, sonst rentiert er sich ja kaum. Das Warten bis zum Heiligabend, in der Stube dann auch zur Arbeit, wenn das Licht der Strahle das erste Mal kommt, geht's oft noch mal einfach fort. Und aus Schenken wird auch gelogen bei manchen Leuten schon Feier gezogen. Weil zwei Nächte haben so keine Zeit, kann sein, dass schon was anderes geht. Man fliegt in Urlaub, raus ins Weite und muss Silvester vorbereiten. Bloß die Geburt vom kleinen Kind, der sein alter Frieden bringt, der steht fix im Kalender, denn am 24. Dezember ist Termin. Die Geduld muss jeder haben. Den Tag, den muss man kommen lassen. Bloß warten drauf, das fällt auch schwer. Darum rennen wir ständig hin und her mit Kaufen, Bachen, Schmücken, Putzen. Die Wartezeit, die muss man nutzen. Warte, das bissle Zeit zum Hau, i t'handle, oifach kommen lau. A winger Ruhe für der Advent, dass ma a Weihnachtsvorfreit kennt und des große Gefühl vom Glück, von dem gewissen Augenblick, wo des ersehnte Endlich gait, des wünsche ich oi für die Advents- und Weihnachtszeit. Ganz vielen Dank, Claudia Uhlemeyer. Wir sehen uns morgen wieder zu ATV Nachrichten am Mittwoch und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017